Wir sind heute aus einem ganz bestimmten Grund im Käfer. Sie haben das Herzhals schon in der Hand, Frau Seehofer. Take care, Achtung, Dekolleté. Wir machen aufmerksam auf Brustkrebs auf der Wiesn. Warum passt denn das so gut zusammen? Ja, es geht jede Frau an und ich denke, Vorsorge ist besser, wie wenn man dann die Nachricht bekommt, dass man was versäumt hat und deswegen an alle Frauen bitte zur Vorsorge gehen und ich glaube, da bleibt uns einiges dann erspart. Jetzt ist wieder Wiesn, es ist nicht der erste Tag für Sie. Ich glaube, Sie waren ja auch schon gestern da. Was lieben Sie denn so an unserem Volksfest? Ja, die Wiesn, die gehört zu München und es ist immer schön bei dem weiß-blauen Himmel, beim Wetter und man trifft immer wieder Leute, die man vielleicht auch bloß auf der Wiesn trifft und das ist das Besondere. Dann wollen wir nicht vom Leute-Treffen aufhalten. Dankeschön und wir gehen zurück auf die Empore. Bitte. Danke. 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 Danke.